Das sieht doch gut aus. Minka? Ich fürchte, du musst deinen fetten Arsch da wegbewegen. Ich muss ein Video machen. Da brauchst du dich gar nicht einrichten. Minka? Das ist provozierendes Verhalten. Husch. 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 Husch, Edi Husch. Brrrr. Du bist adoptiert. Minka, du bist echt ganz schön hartnäckig. Weißt du das, du kleine Katze? Moin Leute, hier ist der Muffin und einer von euch wollte alle Erstaufwaffen sehen, die ich habe. Da dachte ich, okay. Warum nicht? Fangen wir an. Ich habe zum Beispiel als allererstes mir die Glock 18AEP gekauft. Ja, das war meine allererste Waffe. Und das Ding ist einfach nur A3. Nein. Ich kann immer noch nichts dagegen sagen. Ist schon Jahre alt. Als nächstes, als ich dann Erstauf wirklich für mich entdeckt hatte und wusste, okay das ist ein cooler Sport, habe ich mir dann das Ares G36C gekauft. Oh ja, also das war echt Preis-Leistung, die beste Waffe, die ich je hatte. Und irgendwann war ein Problem mit der Hop-Up-Kammer. Hat lange gedauert und ich war zu doof die auszutauschen. Hatte danach extremen Leistungsverlust. Da habe ich dann zu Begadi geschickt jetzt vor kurzem und jetzt läuft das alte Ding wieder wie am ersten Tag. Einfach nur geil. Als nächstes hatte ich leider immer noch keine Gaspistole. Deswegen habe ich mir die Heckler & Koch USP CO2 Non-Blowback Version gekauft. Das ist die einzige Gaswaffe, die ich im ASVZ gekauft habe oder CO2, die immer noch funktioniert. Weil, irgendwann wollte ich auch eine mit Blowback haben. Dann habe ich mir die Glock 17 von, die KDA Glock 17 gekauft. Aber im ASVZ. Das Magazin ist so weit undicht, dass die Gasladung da drin ein paar Stunden hält. Allerdings ist immer am nächsten Tag alles Gas wieder raus. Ich meine, theoretisch könnte man damit spielen. Aber zusätzlich ist noch das Problem, nach drei Schuss, auch bei 30 Grad oder so, habe ich einen Cooldown. Immer. Mit allen möglichen Temperaturen, mit verschiedenen Gasen getestet. Also im ASVZ keine Gaswaffen kaufen. Das geht schief. Die Schrotflinte. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die vor oder nach der Glocke gekauft habe. Ich glaube, das war davor. Im ASVZ. Fehlerdruckwaffen könnt ihr im ASVZ eigentlich immer gut kaufen. Und dieses Schrotflinte, ey. Das ist einfach, das ist so einfach aufgebaut. Da kann wenig schief gehen. Also für einen Anfänger empfehle ich entweder so ein Ding, wenn er kräftig in den Armen ist. Oder halt sowas. Kann man beides benutzen. Wirklich gut. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Ich glaube, das nächste, was ich mir gekauft habe, war im ASVZ auch ein Ares G36. Ich weiß nicht. Ist das K oder ist das L? Ich glaube L? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das Ding gekauft. Und zwar dieser berühmte Traum, den jeder Airsoftler hatte. Die Superwaffe. Ich dachte mir, ich kaufe das Ding und dann lasse ich es von Begadi tunen. Irgendwie hat er aber nicht richtig funktioniert. Weil es mir am Ende zu teuer war. Was ist? Hä? Du wolltest nicht weggehen. Ja du. Jetzt musst du auch damit leben. Ja. Hm, dran schnüffeln. Ja du. Was dann? Genau. Irgendwann habe ich noch GSG Mod 17. Ha. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Die GSG Mod 185 Glock habe ich mir dann im ASVZ auch nochmal gekauft. Äh. Zwei Stück davon hatte ich mir gekauft, weil das irgendwie extrem billig war. Weil eine nicht funktioniert hat. Oder so. Oder ein Magazin hat nicht funktioniert. Und mittlerweile funktioniert die auch nicht mehr. Tja. Jetzt liegt sie hier rum. Dann. Genau. Mit meinem Arbeitskollegen hatte ich dann noch die Waffen hier geschenkt gekriegt. Weil er hatte die. Von einem Kumpel oder so hat er die wohl gekriegt. Von ein paar Kumpels von ihm. Die haben ihm die Dinger gekauft. Und ähm. Er. Mag aber Airsoft anscheinend überhaupt nicht. Hat er gesagt. Also für ihn ist das nichts. Und da hat er mich gefragt, ob ich die haben will. Und da hat er sie mir geschenkt. Weil eben so. Eine L96 Sniper. Und ähm. Eine Schrotflinte. Ist ganz cool. Äh. Ich glaub M47. M47 heißt die. Kann man auch ganz schnell schießen so. Kann man auch. Kann man auch. Es gibt schlechtere Waffen. Für. Im 0,5er Bereich. Vor allen Dingen, weil die echt genau auf 0,5 ist. Nicht 0,3. Nicht 0,4. Krono sagt genau 0,5. So. Dann natürlich. Ah. Wer kennt ihn nicht. Da hatte ich den Traum. Geil. Granatwerfer. Super Waffe. Damit bist du gut auf dem Spielfeld. Totaler Quatsch. Kauft euch das Ding auf keinen Fall. Äh. Ist lustig um damit ein bisschen rum zu albern. Aber zum ernsthaften Spielen. Näh. Du hast 6 Schuss. Und danach sitzt du eine halbe Stunde da und lädst die Dinger nach. Das letzte was ich mir jetzt gekauft habe. War die Systema. Allerdings habe ich mir die glaube ich vor dem Granat der Fall gekauft. Aber das weiß ich auch nicht mehr genau. So. Und zwar habe ich mir folgendes gedacht. Also entweder. Du kannst jetzt anfangen dir ganz viel Scheiße zu kaufen noch weiter. Oder du kaufst dir jetzt einmal was richtig Teures. Und damit hat sich die Sache. Naja. Systema ist nicht wie viel Bedenken. Du kaufst dir das und dann hast du nie wieder Probleme. Viele Systema Besitzer sagen das. Wer will denn schon zugeben dass er 2000 Euro ausgegeben hat. Und dann immer noch eine Waffe hat die nicht funktioniert. Also ich muss sagen. Ähm. Ich hatte jetzt Anfängerschwierigkeiten damit. Nachdem ich sie mir gekauft habe. Weil die Kohlen direkt alle waren. Obwohl der Vorbesitzer nur zweimal damit geschossen hat. Und nachdem ich die Kohlen habe austauschen lassen. Und den Stecker. Da hatte ich etwas Scheiße gelötet. Der Scheißdreck. So unterstieg. Und deswegen hatte ich da immer einen Wackelkontakt. Deswegen hatte ich damit nur Probleme. Also jetzt funktioniert das. Nur Feeling Probleme habe ich. Wie Sau. Ach noch was. Wenn ihr. Einen Systema Spieler seht. Der überheblich ist. Und ihr seht. Der hat die Hand. Immer so am Magazin. Dann liegt das daran. Dass er mit dem Daumen die ganze Zeit auf diesen Knopf hier drücken muss. Weil sonst dieses Thema nicht schießt. Da könnt ihr ihn auslachen. Bei mir ist das halt so. Das funktioniert mal so. Mal so. Meistens drücke ich halt zur Sicherheit immer hier drauf. Weil es sonst passieren kann. Dass inmitten des Gefechts meine super tolle Waffe nicht funktioniert. Und das ist natürlich extrem scheiße. Ansonsten bleibt halt noch zu sagen. Habe ich natürlich noch die Anti-Highlander Waffe. Die jeder dabei hat. Also das ist normal bei Airsoft. Das sind die besten Pringles. Neben den grünen. Direkt. Das beste Mittel gegen Highlander. Pass 3. Die Standardausrüstung. Selbstverständlich habe ich beim Spiel auch immer alles dabei. Also den Granatwerfer den packe ich mir über die Brusttasche. So. Das fällt gar nicht auf. Und da kann man super skirm. So. Zum Ende noch ein Abschlusswort. Und zwar folgendes. Um wirklich im Airsoft Bereich. Um wirklich im Airsoft Bereich. Ja und da ist der Sound von dem Mikrofon abgerissen. Also um wirklich im Airsoft Bereich erfolgreich zu sein. Dann kauft euch keine scheiß Batterien die ihr in euer Ansteckmikrofon packt. Das Prinzip was ich da jetzt gerade noch erkläre ist einfach. Kauft euch eine einfache Waffe. Es ist halt perfekt um rauszufinden ob euch Airsoft gefällt. Weil wenn es euch nicht gefällt habt ihr 60, 70 Euro ausgegeben. Und habt noch eine lustige Waffe zu Hause zum rumspielen. Keine Ahnung. Und wenn es euch gefällt dann habt ihr eine gute Backup. So die Schrotflinte könnt ihr auf dem Rücken tragen mit dem Holster wie ich das mache. Und die Glock halt stinkt normal in einem Weinholster oder sogar in der Tasche. Also dann Muffin out. Minka du bist klein und dick. Du siehst aus wie ne Klobürste. Minka. Ja. Bring mich nicht dazu es zu holen. Bring mich nicht dazu es zu holen. Okay. Okay du wolltest es nicht anders. Du willst es haben. Du willst es haben. Du willst es haben. Take it. Take it with you. Now. Deine Mama war nie pferd. Tens. Bye. talking. Bis zum nächsten Mal.